Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Darksiders. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir diese Wüste hier überqueren und dabei nicht von einem von diesen Würmern gefressen werden. Wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, dann müsste gleich hier einer wieder vorbeikommen. Ganz genau der da. Okay. Und jetzt. Ich würde ja mal sagen, wir müssen darüber. Und zack. Oh Mann. Das ist irgendwie... ...gar nicht so toll. Okay, das Springen macht es auch nicht besser. Okay, rauf da. Das macht es gar nicht einfacher. Jetzt sind zwei Würmer, die ich ja im Auge behalten muss. Der ist da hinten. Dann wollen wir es nochmal riskieren. Okay. Geschafft. Da werden wir es nicht hinschaffen. Also zu dem Turm. Okay, okay, okay. Wo sind die Würmer? Der eine kommt genau in unsere Richtung. Das ist nicht gut. Da warten wir doch mal hin, bis er seine Runde gemacht hat. Der andere... Und los. Auf, schneller Krieg. Lauf. Geschafft. Ja. Und jetzt noch das letzte Stückchen darüber. Und bei allen los. Bei allen, bei allen, bei allen, bei allen... Das war dumm. Am letzten Streckenpunkt neu laden. Und nochmal von ganz vorne. War ja klar. Okay. Dann halt von vorne. Wir warten, bis der vorbei ist. Und los. Ja. Maul du nur. Hau lieber ab. Schön warten, bis er weg ist. Und dann probieren wir es. Lauf, 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 lauf. Ah, das war so knapp. Oh Mann. Nochmal. Da hat der erste Versuch so gut geklappt. Waren wir schon fast bis am Ende. Und dann der letzte. Da verkacken wir natürlich. Ja, komm, deine Runde hier. Und los. Okay, den zweiten Turm. Da warten wir eben noch ein bisschen. Oder jetzt genau in die Richtung kommt der Wurm. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die ganze Folge hier dran rumhängen werde. Das wäre echt ätzend. Und los. Und geschafft. So, jetzt hätte ich gerne so einen Quick Save Button. So ein schnell speichern. Aber leider wird uns der in diesem Spiel nicht gegönnt. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Und los. Lauf, 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 lauf. Höftlicher Wurm, du. Jetzt ist er da hinten. Jetzt kommt er hier wieder in diese Richtung. Das ist nicht gut. Aus die Fresse. Jetzt macht er da hinten die Runde. Jetzt kann ich es probieren. Lauf, 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 lauf. Lauf. Oh. Hat er da wieder die Runde? Kann ich es riskieren? Lauf, Krieg, lauf. Ja, hau ab. Mach da eine Runde nach da hinten. Ich muss da rein. Schön weit weg sollst du. So. Riskieren wir's. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier auch schaffe. Geschafft. Jetzt möchte ich gerne speichern. Danke. Okay, weiter geht's. Ah. Das war... Ähm... Okay. Irgendwas hatte ich doch noch in Erinnerung. Erzieck. Haut mal alle ab hier, bitte. Wir kriegen das von so Zornenergie vielleicht wieder auffüllen So ein dicker schon wieder Wenn gleich die Tusen hier wieder auftauchen dann weiß ich es auch nicht Ich bin schon da Ich werde in deinem Fleischbaden In meinem Fleischbaden Erstmal wirst du gar nichts mehr Und jetzt kümmere ich mich um deinen Kumpel Aber mit der Kreissäge ins Gesicht Kommt immer gut Ist das alles? Das frage ich dich Ist das alles? Zack Ja jetzt haben wir noch so eine schöne Waffe Diesmal nicht von den Engeln sondern von den Dämonen Und die Frakturkanone schießt gezackte Splitter die sich in Oberflächen bohren und detonieren wenn sie ausgelöst werden Drücken die linke Maus um an den Splitter zu schießen und die rechte Maus um sie detonieren zu lassen Zack Bang So was können wir damit jetzt alles Schlimmes machen? Können wir da oben irgendwas tolles mit machen? Oder da? Können wir das zum Beispiel mit in der Luft jagen? Sollten wir es vielleicht nicht unbedingt tun weil wir es verschauen Die Kiste Die will ich aber haben Na gut Ist jetzt Energie drin Die bräuchten wir jetzt nicht so dringend Haben wir hier noch schön Ich glaube ich kann die Käfige Ja genau Da ist noch eine Kiste Die lassen wir aber erstmal stehen Wir schnappen uns jetzt die Kanone wieder Und dann schauen wir doch mal Komm, komm, komm Lauf in meine Falle So Da kommen noch bestimmt noch welche Na hab ich mir noch gedacht Okay Das macht Spaß mit dem Ding Alter Ist das toll Du lebst ja immer noch Da kommen noch mehr Das macht echt Spaß mit der Kanone hier Mag man gar nicht glauben So Die Ansicht Also die Sichtweise wie man das sieht ist ein bisschen doof Aber die Steuerung ist auch ein bisschen Natürlich extrem langsam jetzt Wie sich Krieg fortbewegt So Da haben wir eine Kiste Da haben wir eine Kiste Da oben Da oben haben wir Ah, das ist eine Waffe Einfach mal alles kaputt machen No, jetzt bleibt mir nur der Weg nach unten Oder Ne, da kann ich noch Aber das machen wir noch kaputt Die Kiste noch mal Einfach nur um die Seelen mitzunehmen Schön Oh, da Versteckt sich da einer Nein, aber eine Kiste Wird aber nur Energie drin sein War ja klar Dass jetzt einer von hinten kommt Du bist doch schon tot Nicht ich Ja, war ja klar Ich hätte das Gefühl Das war noch nicht alles Ja, ich hab mir doch gedacht Ähm, hallo Wir fürchten dich nicht Ist das alles? Ist das alles? Oh, Mann Jetzt kommt noch mehr Äh, Leute Naja, lässt die Brücke runter Dankeschön Du bist nett Dich mag ich Jetzt mag ich Dich nicht mehr Ganz und gar nicht Ähm Ich sollte vielleicht erst den da oben Der ist tot Jetzt haben wir nur noch den Wo ist er? Ich seh die Ich seh den nicht Der steht dahinter Verdammt Dankeschön Oh, deine Kumpels Hättest du ruhig Äh, für dich behalten können Hallo Hallo Wo ist er denn da oben? Ist das alles? Wo Okay Hallo Oh, der Dicke steht da noch Der Dicke stand da Äh, macht mir echt Spaß mit der Knarre hier Die Möchte ich gerne länger haben Ja, da ist auch noch einer Wo kommt sie denn her? Oh, ich sollte aufpassen dass ich mich nicht selber wegsprünge Äh, gehen wir jetzt hier mal Okay Dann machen wir das halt halt so Oh Mann Immer die Knarre will ich Da oben ist eine neue Die ich Nehmen kann Dann geht's jetzt halt Ein bisschen schneller Und einmal bitte Energie Leider noch nicht geschossen Nein, kann ich noch gut Okay Also wie gesagt Diese Knarre, die macht richtig Spaß Na, kommen die da von oben auch noch Was das? Kann ich jetzt hier in Ruhe Natürlich nicht Leute Hinter mir auch noch wieder Ja, klar Hinter mir, vor mir Alles muss mir hier im Auge sein Und Bang Ähm Jetzt muss ich meine Waffen leider wegbringen Schade Okay, was kommt jetzt? Okay Ah, ich glaube jetzt sind wir hier auf der anderen Seite von diesem Tor Was mir aber noch nicht so recht gefallen will, alles hier Nein, das werden wir uns doch ganz alleine Ah, ein Festmahl für die Wirmer Ah, 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 ah Okay Ich glaube da erwartet uns jetzt auch ein größerer Kampf Deswegen werden Nein, er ist gefährlich So, können Sie mich nicht dazwischen labern Ähm, da erwartet uns jetzt wohl ein größerer Kampf Und, äh, deswegen unterbreche ich die Folge jetzt hier Und wir werden uns dann beim nächsten Mal In dieser Arena wohl den Kampf stellen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye